So viele tolle Ankündigungen noch zum Schluss, so viel schön. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr heute alle hierher gekommen seid. Ich bedanke mich auch bei allen, die im Livestream zugeschaut haben. Ich bedanke mich auch bei allen, die das im Radio nachhören werden. Und mir obliegt es jetzt, diesen ersten offiziellen Teil abzumoderieren. Und ich freue mich, wenn wir uns dann jetzt beim zweiten, beim lockeren Teil des Abends vielleicht noch bei ein paar Drinks oder, was habe ich da gehört, von Brötchen irgendwas. Ja, klingt auch sehr gut, dass wir uns da noch ein bisschen unterhalten können. Aber ich sage an dieser Stelle einmal herzlichen Dank fürs Kommen, danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören und wir sehen oder und oder hören einander wieder beim nächsten Netzpolitischen Abend am 1. Dezember. Dankeschön.